Ja hallo, ich bin Sarah Lynn, ich bin Pilates und Yoga Lehrerin aus Hamburg und ich würde heute gerne eine kleine Pilates Einheit mit euch machen und zwar mit diesem kleinen Hilfsmittel, nämlich dem Pilates Ball. Das ist das Powerhouse, langer Nacken, atme tief ein, mit der Ausatmung heb das rechte Bein, einatmen, wieder senken, langer Hals, fester Bauch, ausatmen, stütz dich gerne nochmal mit dem Finger, guck mir helfend ab und dann atme vorbereitend durch die Nase ein, mit der Ausatmung drück diesen Ball und dann heb die Beine ein ganz kleines bisschen vom Boden weg, du wirst merken, da geht nicht viel, aber du merkst hier was, also ich zumindest. Und dann heb das Becken und schwing die Beine einmal bis kurz über den Boden, du wirst auf die Schultern und hier nutzt du den Ball, um kurz zu halten, drück den Ball, einatmen, halt den Ball gedrückt, Wirbel für Wirbel für Wirbel wieder abrollen und dabei bitte nicht nachvollziehen.